ARD Text im Auftrag von Funk Was machen Sie das? Was machen Sie das? Ich habe ein Klappwerk verkauft. Ja, ja, ja. Ich klauchte wieder was. Gingo! Gingo! Hol mal das Wireless LAN-Kabel bitte! Alles klar. 20 Meter. Plus Stecker. Ja, okay, warte. Gib es mir einfach. So, direkt. Hier. Anstecken. internist im Auftrag von Funk im Auftrag von Funk hihihihihi der аш